Verkaufe oder kaufe einfach gebrauchte oder neue Sachen über die Flohmarkt App Ebay Kleinanzeigen. Was damit alles möglich ist und wie alles funktioniert erkläre ich dir in diesem Tutorial. Als erstes klären wir, was Ebay Kleinanzeigen eigentlich genau ist und wie wir es einrichten können, also wo wir es alles verwenden können. Anschließend nehmen wir die Oberfläche im Detail auseinander, damit wir direkt verstehen was damit alles möglich ist. Dabei werfen wir auch einen genauen Blick darauf, wie wir Produkte finden, kaufen, selber verkaufen und mit anderen Personen Nachrichten austauschen können und das eigene Profil verwalten. Zum Schluss werfen wir dann noch einen Blick in die Einstellungen. Du kannst über die Timeline oder Beschreibung auch zu einem bestimmten Punkt springen oder das Video einfach durchlaufen lassen, um nichts zu verpassen. Dieses Video gibt es auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de slash ebay-Kleinanzeigen und für mehr Tutorials, z.B. ebay an sich oder den Konkurrenten Facebook Marktplatz, kannst du meinen YouTube-Kanal gerne kostenlos abonnieren. Ebay Kleinanzeigen ist quasi wie ein Flohmarkt, nur online. Jeder kann kostenlos Artikel reinstellen oder nach welchen suchen, welche dann gegen Geld oder anderes getauscht werden können. Das geht direkt über die Webseite oder über die App. Um es verwenden zu können, kannst du dir einen kostenlosen Account erstellen. Die Seite finanziert sich durch Werbung und durch die Möglichkeit, die jeder Verkäufer hat, seine Angebote hervorzuheben, um besser gesehen zu werden. Im Vergleich zum normalen Ebay ist hier der Standort wesentlich wichtiger und es wird auf lokale Verkäufe in der Nähe gesetzt und es gibt keine Auktionsfunktion. Hier kann man zwar auf Verhandlungsbasis einstellen, dort verhandelt man dann aber individuell über den privaten Chat. Wir können jetzt Ebay Kleinanzeigen einfach über die App oder Webseite verwenden und direkt loslegen, um nach Angeboten zu suchen. Um selber Angebote reinstellen zu können oder Angebote von anderen Speichern oder private Nachrichten zu schreiben, müssen wir uns einen kostenlosen Account erstellen. Wenn du das nicht möchtest, hast du auch beim Kaufen meistens die Möglichkeit eine Person via Telefon oder Mail zu erreichen, wofür du nicht zwangsweise ein Konto erstellen musst. Mit Account ist es aber alles entspannter. Deswegen erstellen wir jetzt einfach einen, einfach direkt über den Link in der Beschreibung. Den Account haben wir dann einfach mit unserer E-Mail Adresse und einem Passwort erstellt. Hier müssen wir unsere E-Mail Adresse nur kurz bestätigen und schon können wir uns mit unseren erstellten Daten bei Ebay Kleinanzeigen einloggen auf all unseren Geräten. Ich zeige dir jetzt, wie alles über die Webseite funktioniert, aber die Funktionen sind in der App grundsätzlich identisch. Auf der Startseite können wir im Menü direkt nach etwas bestimmten suchen, wo wir auch nur in einer bestimmten Kategorie suchen können. Als zweites daneben müssen wir dann den Ort festlegen, wo wir danach suchen wollen, wo automatisch unser aktueller Standort verwendet wird. Daneben können wir auch festlegen, ob wir nur in dem Ort oder auch mit einem größeren Kilometer Radius da rum suchen möchten. Klicken wir dann darauf, werden uns alle Ergebnisse in einer Liste angezeigt, wo wir dann mit diesen interagieren können. Am linken Rand können wir auch noch weitere Filter und bestehende Angaben bearbeiten und in der oberen Mitte können wir unsere Suchanfragen für die Zukunft speichern. Zurück auf der Startseite sehen wir auch empfohlene Produkte für uns und können noch in detaillierteren Kategorien stöbern, falls wir bspw. nicht etwas komplett Spezifisches suchen. Am oberen rechten Rand im Menü können wir dann auch eine eigene Anzeige reinstellen und unter Mainz unser Profil verwalten. Hier können wir auch über Nachrichten mit anderen auf der Plattform interagieren und auch unsere aktuellen Inserate verwalten, sowie eine Unternehmensseite und die Einstellung aufrufen. Im Favoritenbereich finden wir auch unsere gespeicherten Angebote, Nutzer und Suchen. Am ganz oberen rechten Rand sehen wir auch, mit welchem Account wir gerade eingeloggt sind und können uns daneben auch ausloggen und über die Glocke werden wir auch über alle Veränderungen, was unsere gespeicherten Inhalte, Nachrichten und eigene Inseraten angeht, informiert. Doch wie finden wir jetzt etwas, wonach wir suchen? Dafür geben wir einfach einen Suchbegriff in der oberen Leiste an und legen einen Ort mit Radius fest, in welchem wir danach suchen möchten. Wir können hier auch nach allgemeineren Begriffen wie Regal, Pflanze oder Co. suchen, wenn wir nicht 100% spezifisch sein wollen. Haben wir auf Finden geklickt, sehen wir alle Ergebnisse. Hier sehen wir unter den hervorgehobenen Inhalten, die neuesten Inserate, wo wir links immer das Bild, in der Mitte den Titel, darunter einen Auszug der Beschreibung und am rechten Rand den Preis und Ort sehen. Beim Preis sehen wir auch oft VB hinter einem Wert, was bedeutet, dass der Preis noch verhandelbar ist. Am linken Rand in der Suche, können wir unsere Kriterien noch spezialisieren, wie bspw. nur Angebote oder Gesuchte filtern. Gesuchte sind, wenn jemand nach etwas sucht und das inseriert und nicht selber etwas anbietet. Auch einen Preisfilter können wir hier hinzufügen, sowie ob Versand möglich ist und noch nach genaueren Kategorien filtern. Haben wir jetzt auf Inserat geklickt, sehen wir die Bilder nochmal groß und können auch mehrere anschauen, je nachdem wie viele die Person hochgeladen hat. Darunter haben wir erneut den Titel, Preis und Standort, sowie wann das Inserat erstellt und wie oft es angeschaut wurde. Scrollen wir weiter runter, sehen wir auch Details, wie die Versand- und Kategorie-Informationen, sowie eine individuelle Beschreibung vom Verkäufer, welche du immer durchlesen solltest. Denn bei gebrauchten Artikeln und Co. oder anderen Besonderheiten, schreiben die Verkäufer dies meistens hier rein. Ganz unten können wir dann direkt eine Nachricht an den Verkäufer schicken, welcher diese dann im Zusammenhang mit diesem Inserat erhält. Hier kannst du auch deinen Namen und Telefonnummer hinterlegen, damit dich der Verkäufer kontaktieren kann. Er sieht aber auch dein eBay Kleinanzeigen Account und kann über die Nachrichten auch direkt über die Plattform immer antworten. Die Nachrichtenschreiben Funktion können wir auch direkt am rechten Rand, neben den Bildern verwenden, wo wir das Inserat auch für uns speichern können, um es später über unsere Merkliste erneut abrufen zu können und so im Auge behalten können. Hier können wir auch alle Informationen zum Verkäufer sehen, wo wir sein eBay Kleinanzeigen Profil aufrufen können, sowie sehen seit wann er aktiv ist, seine Kontaktmöglichkeiten und wie viele Anzeigen er aktuell online hat. Hier können wir diesem auch folgen. Sind wir auf seinem Profil, sehen wir auch alle seine aktuellen Anzeigen und sehen wie viele er bisher online hatte, wie oft und wie schnell er antwortet und wie viele Follower er hat. Um den Kauf abzuschließen, musst du einfach über die Nachrichten oder Kontaktinformationen des Verkäufers mit ihm in Kontakt treten und es privat klären. Hier ist es immer sicherer Dinge vor Ort abzuholen, um vor Ort bezahlen und sich alles anschauen zu können. Wurde das Angebot deaktiviert und der Verkäufer antwortet ihr nicht, wurde das Produkt meistens schon an jemand anders vergeben. Wollen wir unsere eigenen Sachen über eBay Kleinanzeigen verkaufen, können wir eine Anzeige direkt im Menü neben unserem Profil erstellen. Hier können wir als erstes festlegen, ob wir ein Produkt verkaufen wollen oder ob wir nach einem bestimmten Suchen. Hier müssen wir dann einen Namen angeben, wo es sinnvoll ist, das Produkt allgemein zu benennen. Darunter haben wir dann Platz für eine ausführliche Beschreibung. Hier ist es immer sinnvoll, das Produkt detailliert zu beschreiben und falls es gebraucht ist, gewisse Gebrauchsspuren oder Besonderheiten zum Produkt, Versand oder Abholung angeben. Jetzt haben wir die Möglichkeit einen Preis anzugeben und ob dieser verhandelbar ist. Wollen wir etwas verschenken, können wir das hier auch markieren. Was jetzt noch super wichtig ist, sind Bilder, welche wir hier hochladen können. Bilder sind das ausschlaggebendste Mittel, wieso Personen sich für dein Inserat entscheiden. Du solltest dein Produkt klar und von verschiedenen Seiten fotografieren und hier hochladen. Als weiteres haben wir jetzt noch die Möglichkeit unser Produkt zu kategorisieren und den Ort anzugeben, wo es sich befindet bzw. abgeholt oder versandt werden kann. Unter den Anbieterdetails können wir jetzt noch festlegen, ob wir die Sache als Privatperson oder als Gewerbe verkaufen. Für gewerbliche Anzeigen müssen wir eine Unternehmensseite haben, aber die meisten Personen verkaufen nur einzelne gebrauchte Produkte auf der Seite, welche alle unter Privat laufen. Wir müssen dann auch unseren Namen eingeben, welchen man dann auf der Detailseite sieht und können auch eine Telefonnummer optional hinterlegen, falls uns Leute direkt erreichen können sollen. Das ist alles, was wir für unser Inserat festlegen können. Wir haben kostenpflichtig jetzt noch die Möglichkeit unser Inserat hervorzuheben, sodass es in der Suche besser angezeigt wird. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und je nach Produkt, können die Preise hier auch variieren. Ganz unten können wir es uns dann jetzt als Vorschau anzeigen lassen und wenn wir zufrieden sind, direkt die Anzeige hochladen. Nach einer kurzen Prüfung wird es dann direkt veröffentlicht und andere können sie finden. Wir selber finden unsere aktiven Inserate in einem eigenen Bereich bei unserem Profil, wo wir diese auch nachträglich bearbeiten können und auch komplett löschen oder reservieren, falls wir es bspw. jemandem versprochen haben. Auch die Hervorhebungsoptionen haben wir hier erneut und das Inserat hält dann immer für 2 Monate. Sollte es bis dahin nicht verkauft worden sein, können wir es auch noch verlängern, ab 8 Tagen vor Ablauf. Wir sehen hier auch wie oft unser Inserat angeschaut wurde und wie oft es favorisiert bzw. gemerkt wurde. Außerdem können wir hier auch eine druckbare Version der Anzeige erstellen, um sie bspw. irgendwo auszuhängen. Wir erhalten dann über die Nachrichten oder Kontaktinformationen von der Anzeige Kontaktanfragen von anderen Nutzern, die Interesse am Produkt haben und wir können individuell einen Kauf abschließen. Wir können jetzt auch unser eigenes Profil sehen, was andere aufrufen können, wenn wir mit ihnen Nachrichten austauschen oder über unsere Inserate sehen können. Dafür einfach auf unser Personen-Icon im Menü klicken. Hier sehen wir dann in einer Leiste unseren Profilnamen, seit wann wir bei eBay Kleinanzeigen sind, sowie unsere Antwortrate und Zeit und wie viele Anzeigen online sind. Auch wie zufrieden andere Nutzer mit uns sind, sehen wir hier. Das wird aus den Bewertungsmöglichkeiten, wenn wir mit einer Person gechattet haben, analysiert. Wir können diese Werte nicht bearbeiten oder ausblenden, die werden bei jedem Nutzer immer angezeigt. Unseren Anzeigenamen können wir aber beim Erstellen von einem Inserat ändern und wir können auch Inserate löschen, welche dann anschließend nicht mehr in unserem Profil angezeigt werden. Mehr können wir zu unserem Profil nicht einstellen, also ein Profilbild kann man auch nicht erstellen. Wo wir mehr einstellen können, aber was als privater Kunde irrelevant ist, ist wenn wir über das Profilmenü eine Unternehmensseite erstellen, um gewerbliche Produkte auf eBay Kleinanzeigen verkaufen zu können. Dieser Service ist kostenpflichtig und kostet ab 49€ pro Monat, womit wir aber unsere Anzeigen inklusiv komplexer hervorheben können, in unserem Profil auch unsere Webseite verlinken können, Logos anzeigen und es werden auf unserer Seite keine Artikel von anderen angezeigt. Unsere Anzeigen haben auch keine Laufzeit und wir können mehrere gleichzeitig verwalten und vieles mehr. Je nachdem wie viele Anzeigen wir schalten wollen, kostet das Abo anders. Dies ist aber nur für gewerbliche Kunden interessant, als Privatperson solltest du dir das hier nicht buchen. Um ein Produkt zu verkaufen oder zukaufen, nutzen wir oft das direkte Nachrichtentool auf der Produktseite. Alle unsere Nachrichten mit anderen eBay Kleinanzeigen-Nutzern, können wir über das Menü aufrufen. Hier sehen wir auf der linken Seite, alle unterschiedlichen Verläufe chronologisch sortiert. Hier werden uns ungelesene Nachrichten hervorgehoben. Neben dem Namen unseres Chatpartners, sehen wir hier auch immer direkt um welches Produkt sich die Nachricht handelt und auch wann diese verschickt wurde. Klicken wir jetzt auf die Nachricht, sehen wir sie auch auf der rechten Seite, wo unser kompletter Verlauf mit der Person zu sehen ist. Hier können wir dann unterhalb eine Antwort senden und auch Bilder gegebenenfalls hinzufügen, falls wir das möchten. Am oberen linken Rand kommen wir direkt zu dem Produkt, über welches dieser Chat eröffnet wurde und am rechten Rand können wir die Person auch blockieren. Wir können auch ihr Profil aufrufen, wenn wir auf ihren Namen klicken. So einfach und praktisch funktioniert die Nachrichten-Funktion in eBay Kleinanzeigen. Hier können wir dann bspw. einen Abholtermin, Bezahlung oder andere Sachen ausmachen. Hier sollte man immer vorsichtig mit jeder Person umgehen, um nicht abgezogen zu werden. Außerdem ist auch ein freundlicher Umgang immer korrekt. Wurde das Produkt verkauft oder nach einer Weile, fordert ein eBay auch manchmal dazu auf, die Konversation mit der anderen Person zu bewerten, wodurch die Zufriedenheit in einem Profil bestimmt wird. Werfen wir abschließend einen Blick in die Einstellungen, welche wir über unser Profil am rechten Rand im Menü abrufen können. Hier können wir unsere E-Mail-Adresse oder Passwort ändern. Außerdem können wir uns hier auch vom Werbemail-Verteiler von eBay Kleinanzeigen abmelden oder anmelden und ob wir per E-Mail über neue Nachrichten von anderen Personen informiert werden wollen. Auch wie viele Anzeigen wir aktuell online haben und wie viele wir in den letzten 30 Tagen hatten, sehen wir hier auch. Jetzt weißt du, wie du einfach Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkaufen oder kaufen kannst. Falls du mehr zu eBay an sich selbst oder Konkurrenten wie den Facebook Marktplatz wissen willst, findest du auf meinem Kanal auch ausführlich Tutorials dazu. Dieses Video gibt es auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de slash eBay Kleinanzeigen und über das Bewerten und Teilen des Tutorials freue ich mich auch immer sehr. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du dies gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.